Are you serious? Hahaha I'm serious Hey Geigeber, was geht ab? Wir sind zurück bei CSGO und damit meine ich Nemo und ich Hallo! Wir sind auf Artstick und Leute es ist gar nicht Kawaii hier weil es wird unser Albtraum Es wird vermutlich die schwerste Challenge in den ganzen Gmini Missionen Nicht wahr? 1 zu 1 kopiert, nice Nein! Ich habe es kreativ umformuliert und nun, Nemo, lege uns da, was uns nun erwarten wird Toot! Ja, das kennen wir ja schon, aber was ist heute anders? Heute ist was anders? Ja Es ist die letzte Mission, Leute Die letzte Es ist die schwerste Mission, Leute Leute Es wird die schwerste Mission Ich bin tot Blenden da gleich Links, links, links Ja Nachladen Hahaha Ich wollte cool sein und messern Almost Come on Ich mach so serious, ich bin grad in meinen Exo Panzer gegangen Ich sehs Das sieht sehr gemütlich aus Ja, kannst mich nicht treffen, huh? Bitch What you gonna do? Ich muss erst noch austasten, wo wir hingehen können Ist wirklich das hier unser Platz? Ja Wir können auch hier durch den Tor bogen Wir haben also nichts wirklich, um uns zu verbergen Guck, wir können auch bis hier Mhm Und wir können uns hier hinter verbergen Und wir können hier durch Und manchmal kommen sie halt auch hier über die Brücke Ja, das ist vor allem gut, wenn du nur AWP hast Und Webbernaut dabei ist Dann bist du richtig am AWP Aber das ist ganz schön gemein Durch die Wand zog ich mit Mason Hier geht auch noch ein bisschen Wow Bis hier kommt man hin So, ich mach dir den Chaos Are you serious? Are you serious? Are you serious? Willst du sie? Ja, gerne Soll ich dir eine Icarus verkaufen? Scheiße, zu Ende Nein, ich bin gut bedient in meiner Five-Seven Hm Nemo, willst du sagen Wir spielen danach nie wieder Gemini Nein, wir haben ja noch drei Story-Missions Wir können mit Stars Secret kommen Wow, shit, sogar ein Headdy Hä Hä Wie man spawnen kann man auch welche Oh, sie sind schon da Kill'em! 13 Ich Ich Mrs. No-Scope Mrs. No-Scope No-Scope Wäre schon gut, wenn die Uli mal einen tötet Du hast einen getötet? Nein, erst jetzt Nee, mitgetötet mit dir Nur noch 30 AWP-Kills Bitte? Du hast diese Runde zwei Leute getötet Und ich auch Oh, okay Oh, hello, Sir Bitte Bitte nicht Wenn das Leute an der Tür sagen, schickt man die doch immer weg Ah, wo war das denn jetzt noch? Mit irgendwem habe ich gespielt und dann... Ah ja, mit Malte bei Worms Und dann? Okay Ähm, kennst du die Holy Grenade? Ja, ne? Ja, so ein bisschen Eine goldene Granate, die dann laut Hallelu... Hallelu... Fuck Halleluja ruft und dann... Ja Okay 96 Okay Komm mal hin Karriert Okay Aber wir können uns jetzt wieder eine Orb kaufen Oder wir warten noch ne Runde, damit die Difficulty noch mal runter geht Ja, warten wir Okay Wir können uns das für 1.000 kaufen Ja, ich hab mir noch die Bilder gekauft Ich hab mir ne Umpa Lumpa Let's start a riot! Ich erkenne die da hinten kaum Gar auch nicht mehr Ah, der Das war gut Hier rechts Nice Ach, war nicht so wild jetzt Nice Kaufen wir sie jetzt? Nee Erst wenn wir wieder verkacken Genau Jetzt stell dir vor, wir machen jetzt 100.000 Kills hier und verkacken nicht Und dann hätten wir die bloß mit der Orb gemacht Ja Jetzt haben wir einen Stein voll geblutet Die kommen bestimmt nicht hier, oder? Da hinten sterben die doch schon mehr dann Ach Ich seh die nicht Ja, da ist sie klein Au 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 Was ist los bei dir? Wo ist der Rest? Sag mal, gewittert im Game oder draußen? Ja, im Spiel Ah, hinter uns Was? Pass auf Ich seh nicht Lass Feuer, ich seh nicht Ich seh nicht Geh da weg Noch einer Was? Oh Gott! Nein, komm schon! Gut, da haben wir's Wir gönnen uns gleich Die ist auch nicht leicht Die Oh, wenn du triffst Dann ist gut Ja, denn du triffst mit den kleinen Zehen Oder den kleinen Schniedelwutz Ja, die Beine zählen ja nicht Also, damit töttest du nicht Rumpf oder Kopf Ja Komm, jetzt fraggen wir die weg, oder? Oh, okay Falls so ein B geht Mhm, hier Ah, scheiße Die sind richtig close Haben die Treppe hochgekommen? Ja Die kommen zu dir, kann das sein? Was? Wo sind die hin? Dann sind sie rechts jetzt zum Spawn Oder? Hä? 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 Ne, sind wieder die Leiter Da, ja ne, da hinten ist einer wieder Danke Sehr gut Oh Gott, der war nicht dran Oh shit Was ist denn? Der hat nur ne Pistole Einfach hier stehen bleiben Der ist runtergegangen Einmal rein, scope nur Okay Ist der da hinten? Ja Ja Scheiße Und Hä? Wo ist der? Ja, wo ist der? Hopp, hopp Ja, nice You make me get crazy Wuuuuh Oh nein, das schaffen wir nicht Wenn du in anderen Waffen war, wäre ich wenigstens irgendwie sicher Aber hier Hätte die Galil mich nicht gerade so erwischt wäre ich vielleicht auch noch weiter gekommen Aber der kam echt um die Ecke geprüft Mhm Sehr gut Vielleicht mal eine Granade Vielleicht mal eine Granade Juuuuh Fällt's ja krass wenn wir es schaffen würden, aber genau deswegen schaffen wir es nicht Jetzt kommt ein Juggernaut Nein Ist wahrscheinlich ja Erzähl mir was anderes Bei mir Juggernaut Flasher Flasher Er hat nicht geguckt Er kommt zu mir Ich habe in seinen Kopf geschossen Ich auch Oh wow, nice Richtig gut Die drei sind noch bei mir da hinten Wann ist denn da hinten? Ja Einer ist da direkt Siehst du ihn? Der krabbelt da Ah! Nee! 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 Gut, gut Hier ist noch einer Auf der Brücke ganz links Da Rechts und links Also den du siehst und den Secret rechts Scheiße, ich schaff das nicht Ich schaff das nicht Rechts war der Ja In dem Raum da Aber bleib zurück hier zum Spawn Nimm die Orb und guck auf unseren Spawn Da links kommt er gleich Bleib rein Wow Jesus Christus Und Maria Und Wer noch dabei war Alter Es ist richtig schwer Ja Das ist richtig schwer Das ist richtig schwer Brücke Juggernaut Ping Aber nicht Wurde grad Bisschen in den Spawn zurückgesetzt Dabei war ich hier nicht mal Wir kommen Oh Gott Ich bin im Raum Meine Orb Liegt in der Luft Ist der der letzte? Oh nein Oh mein Gott Mit der Piste Oh mein Gott Okay Wo ist der andere Wo ist der andere? Ich weiß nicht Was hing gerade bei mir So Nun nimm ne AK Hinter dir Nimm ne AK Oh 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 Mein Game hängt total Ich werde die ganze Zeit durch die Gegend geworfen Sag mir das nicht Ich hab nicht mal Ping Kannst du jetzt wieder zocken oder? Ja aber ständig immer wieder zwischendurch hängt einfach alles Oh mein Gott Bist du nicht mehr gelaufen Der Terror ist nicht mehr gelaufen Und auf einmal waren zwei Terroristen tot Bitte nicht picken Bei mir Ja Juggernaut Komm runter Ach da hinten im Ganzen Ja sorry Ich weiß nicht wie es heißt Einer ist runtergesprungen Der kommt gleich rechts die Treppe hoch Ja und der Juggernaut auch Komm ein Stück zurück Fuck Der Juggernaut kommt auch Ah shit Scheiße Nice 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 Oh Gott Wieder hinter uns Ja Hatte denn ein Arm? Ich weiß es nicht Oh mein Geaard Wir hatten ein Arm Granate nochmal Das war ganz gut Alter We're not doing bad Not that bad Alter Jetzt tun sie sich was irgendwas krasses ausdenken Bei dir? Brücke Brücke Ja Double kill Juggernaut Hey lady Geil Headshot Boom 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 Destroy Oh mein Gott Drei Drei Ey Ey Ja Also Reiß dich zusammen Ja Juggernaut Ja Nein Echt? Nein Oh Gott Oh Gott Bei mir wieder Juggernaut und drei Zwei Komm schon Ich hab richtig gelaggt gerade gedacht Bitte komm hilf mir Bitte komm Komm bitte Hier die sind schon hier Alter der zerrikt mich Pass auf pass auf Geh weg Geh weg Scheiße Und noch halber Leben Gehen wir zurück Rückzug Headshot dem Juggernaut Wo ist er denn? Von hinten kommen gleich schon welche Fuck Okay Einer noch Komm schon Kill einen Bitte Geh weg Nice Das war leichter als in vier Missionen Oh mein fucking Gott Geil Was haben wir heute gelernt? Habt keine Angst Von Juggernauts Nimmt eine AWP Und dann ist easy Und soviel zur fast letzten Gemini Mission Jetzt nur noch Story Zeug Und dann war's das Super Bis dann Leute Ciao Dann seid ihr mich los Auf Julius Kanal Hahaha Hahaha Musik